Mein Name ist Anna Jelen. Herzlich willkommen. Seit über zehn Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Zeit. Und jetzt habe ich ein Seminar zusammengestellt, wo es nur um Werkzeuge geht, um deine Arbeitstechnik irgendwie zu verbessern. Das Seminar macht wieder aus seinem Alltag wirklich einen lebenswerten Alltag, wo es darum geht, wo du am Abend ins Bett gehst und denkst, wow, das war ein guter Tag und ich war effizient und habe viel erreicht. Was bedeutet das wirklich? Das heißt, wenn ich die Arbeit, die ich vorher in fünf Tagen gemacht habe, neuerdings in vier Tagen machen kann, was bedeutet das? Ich habe einen Tag mehr für meine Familie. Ich habe Platz geschaffen oder Raum geschaffen für Neues. Wer möchte das nicht? Leute, seid dabei. Und diese Werkzeuge, die stelle ich dir am 31. März in Arosa vor. Im Hotel Kulm. Denn was ich vergessen habe zu sagen, das ist der Preis. Absoluter Spezialpreis, weil es das erste Seminar ist, das durchgeführt wird. Weitere Informationen oder alle Informationen findest du auf www.jelenseminare.ch und vergiss nicht, den YouTube-Kanal von Jelen Seminare zu abonnieren. Mon express und Hanukkah Und jetzt Vous kommt das zu 박 commitments? Bohe, das ist immer noch eine innere Seite der, in Braggistour, und ich bin Happy people, die Leute, 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 die Leute تھом und die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute Z� пишst, weil es euch żyint, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute aus der Apps cybernлом dealer. написate ihnen, die Leute, die Leute, oder solche Mannschaft machen sollen und die Leute, die Leute verkauft consulting gemacht haben,